So als 250 Aue Special und als Dankeschön von mir zünden wir einen Diamond Blue Star. Ich drehe ein geiles Bombenrohr, was leider ab 2017 nicht mehr verkauft werden darf, beziehungsweise auch nicht mehr verschossen werden darf. Also es wird ein Auslaufartikel, beziehungsweise es ist eigentlich schon einer, fast. Und ich würde sagen, kauft euch die Teile auf Vorrat. Es werden nämlich in vier Jahren, beziehungsweise fast in drei Jahren, keine mehr geben. Trotzdem noch viel Spaß und nochmal Dankeschön an 250 Abonnenten. Jetzt das Diamond Blue Star. Viel Spaß. Extrem geiles Bombenrohr mit blauen Sternen. So und direkt hinterher das Golden Star von Diamond. Auch das wird ab 2017 nichts mehr geben. Trotzdem viel Spaß. Diamond Golden Star. Hammer zerlegen und extrem geiles Gold. Panda-Husadie. Panda-Husadie. Die Pick Booster 2 von Panda. Die Pick Booster 2 von Panda. Jetzt ein Panda Gold Vulkan, Lucifer, mit 200 Gramm NEM. Und hier. Das war's. Die Jingle. Das ist ja immer bereit. Das war's. Der Handler hat mich auch immer wieder geiles. Das war's. Es hat eine extrem hohe Ausbreitung, leider war auch der Wind ziemlich stark. Aber für 2€ oder 3€ kann man nicht meckern.